Am schönsten bei JOKE finde ich wirklich die kollegiale Stimmung. Es macht so viel Spaß mit allen unterwegs zu sein und zusammen zu arbeiten. Wir haben eigentlich immer gute Laune und Spaß bei der Arbeit, auch wenn wir konzentriert arbeiten müssen. Und da wir auch wirklich viel Zeit zusammen auf Veranstaltungen verbringen und oft auch mehrere Tage hintereinander zusammen unterwegs sind, finde ich das total wichtig und schön, dass die Stimmung so gut ist. Wir haben teilweise echt viele abgefahrene, verschiedene Projekte. Man muss sich immer technisch neu einstellen, immer neue kreative Ideen entwickeln. Es ist sehr umfangreich und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich finde es total emotional dabei zu sein, wenn die Kunden oder auch die ganzen Gäste dann in deine Location gehen, die du selber geplant und aufgebaut hast. Und hinter die Kulissen zu gucken, das ist schon richtig, richtig gutes Gefühl und es macht so Spaß, wenn alle Leute feiern und Spaß haben und man selber das alles errichtet hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.